Ihr beiden bleibt hinten! 2-0! Super gemacht! Los Maxi! Los! Scheiße! Na, hör mal! Los! Ja, weiter! Andere Richtung! Janis! Schade! Weiter nach vorne, Janis! Nach vorne! Oh! Maxi, schieß von da einfach drauf! David! David, wollen wir? So sagen! Die anderen alle vor's Tor! Joey! Du nicht! Und die anderen vor's Tor! Jonas! Jonas! Du kannst dir was abgucken! Super! Schieß! Alle zurück! Alle zurück! Hau mal! Hau mal! Hau mal! Hau mal! Oh Mann! Na, auf Osterfeine natürlich. So, umdrehen! Philipp, Abstoß machen! Schlimm, wir gehen nachher in die Badewanne, ne? Du hast es toll, super gemacht! Super! Super gespielt! Hennig, lauf! Super! Super, Hennig, ganz klasse! Die Bräuten können den Regen nicht mehr halten. Es ist echt! Bei Musikschule hatten wir uns. Ey! Du hast ihn in meine Haare. Wenn du nur gut ein bisschen reinsetzt. Ich hätte ihn mal wieder nach oben lassen. Ich hätte ihn mal wieder nach oben lassen. Ich kann das wieder aufpassen. Jonas, mitspielen! Nach Hitzecker! Sollen wir mal an Papa Bescheid sagen? Ja! Ich sag ihm das! Nichts!